1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 5678 111 Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 5678 111 1Live So meine Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Sexfalle bzw. in der Sexfalle. Wart ihr oder seid ihr vielleicht in einer Sexfalle zur Zeit? Was ist das, eine Sexfalle? Das kann eine ganz besondere Sucht sein nach Sex und nach ganz bestimmten Sexpraktiken. Das kann vielleicht auch eine verhängnisvolle Affäre sein. Es könnte auch sein, ein besonderer Fetisch, dem man erlegen ist und davon gar nicht wegkommen kann. Oder vielleicht habt ihr mal jemanden in eine Sexfalle hinein tappen lassen, dass ihr sie gezielt angelegt habt, weil ihr der Person misstrauisch gegenüber gestanden habt. Also, Sexfalle gibt es wahrscheinlich noch viele Beispiele. Erzählt mir, wenn ihr mal in einer solchen Situation wart oder vielleicht gerade seid, Telefonnummer 0800 5678 111, das ist hier die heiße Nummer zur Sexfalle, oder die Faxnummer 0800 5678 110. Petra ist die erste Anruferin heute Nacht und die Petra ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Petra. Grüß dich. Ja, die Petra in der Sexfalle. Ja, ich fürchte ja. Erzähl es uns. Also, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, ich habe einen Mann im Oktober im Internet kennengelernt. Ja. Und wir haben uns ganz liebe E-Mails geschickt und SMS und telefoniert und so weiter. Und das war richtig schön. Ja, und dann haben wir uns getroffen und direkt beim ersten Mal sind wir sozusagen übereinander hergefallen. Beim ersten Mal. Das heißt, er hat dir sofort gefallen? Genau. Und umgekehrt offensichtlich dann auch? Ich glaube schon, ja. Wo habt ihr euch getroffen? Wir haben uns dreimal getroffen. Und wo habt ihr euch getroffen? Bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause. Ist es nicht ein bisschen gefährlich? Ja, schon. Ja, finde ich schon. Aber in dem Fall hatte ich irgendwie totales Vertrauen und überhaupt keine Angst. Beschreib mal die Situation. Es klingelt. Genau. Du bist aufgeregt. Genau. Hat es dich wahrscheinlich schon schick gemacht? Nee, noch nicht mal. Noch nicht mal. Ich habe gedacht, er soll mich so nehmen, wie ich bin. Und okay. Gut, aber ein bisschen Parfüm und so schon aufgeregt. Ja, das schon. Natürlich. Man will ja gepflegt sein. Na klar, geducht hatte ich vor. Na klar. Geducht, natürlich auch. Dann ging die Tür auf. Du hast die Tür aufgemacht und da stand er. Da stand er. Was ging in der Sekunde in dir vor? Na gut, ich hatte mir nicht so vorgestellt, wie er auf dem Foto aussah. Das Foto war irgendwie schon zehn Jahre alt. Ah ja. Da hat er so ein bisschen geschummelt. Ja, ja. Also es waren schon ein paar Haare weniger, ein paar Falten mehr, aber trotzdem okay. Ja. Aber na ja, wie gesagt. Aber es war dann im ersten Moment schon, dachtest du, der gefällt dir, der ist gut. Der gefällt mir, genau. Das war irgendwie schon mein erster Eindruck, klar. Wie lange, das heißt, wie viele Minuten oder Stunden hat es gedauert, bis es dann zur Sache ging? Äh, so ungefähr 25 Minuten. 25 Minuten? Mhm. Von wem ging es aus? Von beiden. Ich dachte von dir, du hättest ihm die Hose runtergerissen. Nein, 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 nein. Wir saßen uns gegenüber, dann saßen wir neben mir und dann ging es irgendwie zur Sache und eine halbe Stunde später war es soweit und dann, na ja. Wie war es? Ja, so vier, fünf Stunden. Vier, fünf Stunden? Es war genial. Vier, fünf Stunden? Ja. Wie lange hattest du vorher keinen Sex gehabt? Ähm, ein Jahr. Ein Jahr, da warst du natürlich richtig drauf auch. Genau. Und du musstest was haben. Ja, noch nicht mal so. Ich bin noch nicht mal so, aber in dem Fall war es halt so. Vier bis fünf Stunden? Mhm. Und, na ja, ich muss dazu sagen, das war der erste Mann, mit dem ich einen Orgasmus hatte beim normalen Verkehr. Ist das wahr? Also, das hatte ich noch nie. Ja. So, jetzt hast du dich dreimal mit ihm getroffen. Genau. Und jedes Mal ging es so volle Kanne ab. Genau. Und es ist das Sexerlebnis schlechthin. Es war es, genau. Für dich? Ich habe gedacht, das war es jetzt, genau. Und jetzt ist er aber fünf Monate beruflich versetzt auf einen anderen Kontinent. Ich sehe ihn nicht mehr, ich höre nichts mehr von ihm. Da ist sie in die Sexfalle hineingeraten. Genau. Im positiven Sinne. Das hat ja auch so ein, Sexfalle kann man ja auch so ein bisschen zweideutig verstehen, dass man da etwas richtig Tolles gefunden hat. Ja. Aber man will vielleicht auch wieder raus. Aber du willst gar nicht raus. Nein, ich will gar nicht raus. Ich warte auf ihn. Also, das ist ja mein Problem. Mann, oh Mann. Wie fünf Monate sagst du? Ja, also er meinte vier, aber es können nur fünf werden. Wie, wie, wie viel Kilometer, in welches Land geht er? In Afrika. Nach Afrika. Ist er Afrika, ne? Ne, er ist Deutscher. Er ist Deutscher. Ja, ja. Du Arme. Jetzt musst du darben. Fünf Monate. Jetzt sitze ich hier und darbe, genau. Ist er jetzt schon weg oder fährt er jetzt? Er ist schon weg. Er ist im Februar weg. Er ist schon einen Monat weg. Und ich habe eine SMS von ihm gekriegt. Wie, mehr noch nicht? Ne. Wie kommt das? Ja, er hat geschrieben, ich weiß nicht, ob die SMS überhaupt funktioniert. Und wenn doch, dann, naja, tausend Küsse und so. Und auch keinen Brief bekommen? Nein, nein. Keine E-Mail bekommen? Nein. Kein Telefonat? Nein, nein. Es funktioniert anscheinend nichts. Also er hat immer schon vorher gesagt, er ist da wirklich im tiefsten Dschungel. Ach so, daran liegt das. Also du bist jetzt nicht skeptisch, dass er dich nicht will, sondern es geht wirklich nicht. Ne, ne, also es scheint ja wirklich zu gehen. Schließlich daraus, du hast gerade gesagt, dass du zum ersten Mal mit ihm einen Orgasmus bekommen hast beim normalen Verkehr. Dass du, du bist jetzt 41 Jahre alt, dass vorher so sexmäßig eher so Routine-Sachen gelaufen sind. Nein, 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 überhaupt nicht. Also ich hatte langjährige Beziehungen vorher und es war wirklich schön, aber ich brauchte immer, ich sag mal, manuelle oder orale Zuhilfe sozusagen. Was macht denn dieser Mann jetzt so viel und besser anders als die anderen Männer vorher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben uns gesehen und es hat gefunktet, es hat geknallt. Keine Ahnung. Ist es jetzt die Technik? Ist es seine Sensibilität? Ja, wahrscheinlich. Ist es, ja, was? Ja, also, ähm, ja, er küsst gut und ich, ich weiß nicht, also wir haben zwei Stunden nur geküsst und so, ne, und es war einfach genial. Also du bist sexmäßig von Sinnen. Ja. Kann man sagen. Genau so. Voll drauf. Genau so. Und bist jetzt leider im Moment aufs Abstellgleis gesetzt, weil er in Afrika ist. Genau. Ach, dieser erste Monat, wie ist es dir denn da ergangen? Ähm, ziemlich schlimm. Also ich hätte ja nicht gedacht, also ich meine, er hat immer vorher gesagt, es funktioniert wahrscheinlich nichts, aber ich habe gedacht, ja, vielleicht kommt doch irgendwas, ne, aber... Denkst du denn viel an die Sexualität mit ihm jetzt in den... Natürlich, jeden Tag. Masturbierst du auch und denkst dann auch an die Situation, die ihr hattet? Ja, genau so. Liebe Petra, fünf Monate, wie lange ist das jetzt? Das ist dann noch bis, ja, da haben wir schon einen gut fett Sommer, ne? Mhm, genau. Musst du jetzt durch? Ja, da muss ich wohl durch. Ist es denn so, dass du dir eventuell vorstellen könntest, dich auch in diesen Mann richtig zu verlieben oder ist es eine reine Sexleidenschaft? Ich habe mich schon verliebt. Du hast dich schon verliebt. Schon allein in diese E-Mails, ich kannte ihn überhaupt nicht und er hat mir nur gemailt und gesimpft und telefoniert, haben wir wie gesagt und ich habe mich schon voll verliebt, obwohl ich ihn nicht kannte. Ich wünsche dir, dass diese vier Monate jetzt noch, vier, fünf Monate schwuppdiwupp vorbeigehen. Ja, danke. Damit du wieder richtig schönen Spaß mit deinem neuen Freund hast. Dankeschön, das wünsche ich mir auch. Und dass er gesund natürlich auch nach Hause kommt. Ja, das wünsche ich auch, genau. Alles Gute, Petra. Danke, Domia. Auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Also das Thema heißt Sexfalle. In der Sexfalle. Man ist irgendwie durch eine Aktion oder durch eine Überlegung oder durch eine Begegnung in eine Sexualität hineingeraten, in einen Sex hineingeraten, den man toll findet, den man hörig vielleicht ist, von dem man aber auch eventuell wieder weg will. Das ist ja so eine Falle. Man hängt da drin, man hat erst das Stückchen Käse genascht und dann schuppdiwupp ist man in der Falle drin. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn ihr sowas schon mal erlebt habt, es ist ja eine richtige Sucht unter Umständen, die dahinter steckt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Denise ist dran und Denise ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Domian. Ich grüße dich, hallo. Ja. Ja. Du auch in einer Sexfalle. Im Moment? Ja, schon etwas länger. Schon etwas länger. Erzähl mal. Ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet als Krankenschwester, habe einen sehr netten Mittelalterarzt kennengelernt. Was heißt der Mittelalter? Naja, so etwas über 40. Ja. So nennt man uns heutzutage schon die Mittelalten, ja. Naja gut, wie man das so nennt. Wir haben ein Verhältnis miteinander angefangen. Ich habe später erfahren, dass er verheiratet ist, dass er nebenbei auch niedergelassen war in einer Praxis, habe dort auch angefangen zu arbeiten und da ging das Ganze erst richtig los. Was ist denn da richtig losgegangen? Naja, unser Verhältnis hat sich sehr intensiviert. War das denn forciert auf ein rein sexuelles Verhältnis? Ja, natürlich. Auf rein sexuelles Verhältnis. Rein sexuell. Das ging dann los, wenn Praxis Schluss war, in der Pause, zwischendurch und ich fand das alles ganz toll und ganz aufregend und er hat mir auch immer versprochen, er würde seine Frau verlassen und naja gut, das habe ich ihm dann auch geglaubt, das war aber nicht so und irgendwann ging das dann so weit, dass er sagte, naja, du kannst es dir aussuchen, entweder du verlässt diese Praxis oder du machst mit mir weiter. Aber da war ich eben schon so weit hörig, dass ich geblieben bin. Und die sexuellen Aktionen fanden immer in der Praxis statt? Meistens, ja. Meistens. Auch in pikanten Situationen, also wenn vielleicht noch Leute im Wartezimmer saßen, dass ihr schnell zwischendurch mal ein Nümmerchen geschoben habt? Ja. Sowas auch? Ja. Was war das für eine Sexualität? Eine relativ normale Sexualität oder zudem auch noch eine sehr ungewöhnliche, abgedrehte? Nee, ganz normal. Ganz normal? Ja. Wie oft habt ihr das da in der Praxis so in der Regel gemacht? Täglich? Ja, fast täglich. Fast täglich? Ja. Und die anderen, ich gehe mal davon aus, dass da noch andere Gehilfen waren, Arzthelferinnen, haben die das nicht gemerkt? Ich denke schon, aber ich habe nie was gehört. So, erzähl mal weiter. Er hat dich dann für die Alternative gestellt, entweder gehst du oder gehen sie. Gehst du? Gehst du, ja natürlich, weil ich habe ihn auch irgendwo unter Druck gesetzt, habe gesagt, also ich kann das so nicht weitermachen. Das ist keine Basis für mich, für eine Beziehung. Entweder du machst klar Schiff oder wir hören ganz auf. Weil du letztendlich doch eine Beziehung wolltest. Ja, natürlich. Aber am Anfang war es doch bei dir auch wahrscheinlich nur reine Sexualität und da haben sich mehr Gefühle entwickelt. Ja, natürlich. So, bei ihm war es nicht. Er hat dich für die Alternative gestellt. Du bist dann da geblieben, weil du ihm hörig warst. Ja, genau. Und dann, wie ging es weiter? Ja, ich habe mir dann jeden Tag gesagt, gut, das ist der Letzte, den ich heute hier bin. Und ich habe es aber trotzdem nie geschafft, weil er hat es immer wieder dazu gebracht, mich um den Finger zu wickeln, dass ich nicht gehe. Und dass ich vor allem ja und abend sage, was er möchte und auch verlangt. Wie viele Jahre warst du bei diesem Mann? Naja, das sind acht Monate jetzt. Acht Monate jetzt? Achso, ich dachte, es wäre schon länger gewesen. Achso. Ach, das heißt, du bist jetzt immer noch bei dem? Ich bin immer noch da, ja. Achso, ich dachte, du würdest jetzt eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählen, die sich irgendwann auflöst. Du bist immer noch in dieser Praxis. Ich bin immer noch und ich gehe jeden Morgen mit einem Wirren im Hals dahin und auf der anderen Seite auch mit einem Verlangen in mir. Aber das ist doch für dich eine äußerst demütigende Situation. Ja. Er benutzt dich als Sexobjekt. Er holt sich seine Befriedigung bei dir, will sonst überhaupt gar nichts, schert sich ein Dreck um deine Gefühle, weiß, dass du mehr Gefühle für ihn hast und nutzt dich richtig radikal aus. Ja, das tut er. Wie verhält er sich denn dir gegenüber als Chef so in dem normalen Arbeitsalltag? Souverän. Souverän? Souverän, ja. Gibt es da schon so Rituale, dass ihr, wenn ihr zusammen vielleicht mit einem Patienten beschäftigt seid, dass er dich anguckt und du weißt, dieser Blick heißt, gleich geht's los oder so? Immer, immer, ja. Ja. Ich stelle mir das wirklich wahnsinnig vor, wenn das Wartezimmer vielleicht noch voll sitzt und ihr treibt es dann in seinem Büro, in seinem Zimmer. Ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Hast du nicht auch große Angst erwischt zu werden, zufällig erwischt zu werden von... Von wem? Ja, von der Kollegin, von den anderen. Die wissen das. Ach, die wissen das? Ja, die wissen das schon. Ach, das hast du gerade nicht so klar erzählt. Ja, nee, das ist auch nicht so rübergekommen. Also, ich denke mal, dass sie ja schon wissen. Ah, ja, ja. Wie viel arbeiten da noch außer dir? Vier. Noch vier. Das ist natürlich die Gefahr groß, dass durch Zufall mal irgendwie was rauskommt. Aber es hat noch keiner irgendeine dumme Bemerkung gemacht. Nein, noch nicht. Jetzt ist wirklich die Frage, Denise, wie geht's weiter? Das ist die absolute Frage. Und die absolut klare Antwort heißt ja eigentlich, dass du da raus musst. Ohne Wenn und Aber. Ja, das muss ich schon. Also, das weiß ich auch, dass ich da raus muss. Aber es ist natürlich unglaublich schwer, wenn auf der einen Seite das Gefühl eine Rolle spielt und der Verstand so ganz ausgeschaltet wird, ist es unglaublich schwer. Da geht man dann jeden Morgen wieder hin und denkt sich, naja, gut, heute noch und vielleicht morgen noch und dann nicht mehr. Aber es ist so schwer, da rauszukommen. Wie erklärst du dir diese ungeheure Hörigkeit, diesem Mann gegenüber? Oh, das kann ich gar nicht so sagen. Weil es ist im Grunde genommen ein ganz toller Mann. Und da würde auch niemand dahinter steigen, was sich so im Verborgenen abspielt. Ist dann auch die Sexualität für dich mit ihm auch etwas sehr Besonderes? Ja, schon. Auch etwas so Erfüllendes, was du bisher in deinem Leben noch nicht erlebt hast? Nicht gehabt habe, nein, ganz genau. Achso. Und da hat man natürlich auch eine gewisse Angst, das zu verlieren irgendwann. Gut, ja. Aber auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich auch eine große Befreiung, denn dieser Mann hat dir ja deutlich zu verstehen gegeben, dass er nicht an einer Beziehung interessiert ist mit dir. Ja, irgendwo schon. Ja, richtig. So hast du es ja gerade erzählt. Ja. Der ist an einer reinen sexuellen Beziehung mit dir interessiert. Und irgendwann wird er dich wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, wenn er keinen Bock mehr hat auf dich. Ich denke schon, ja. So wird es kommen. Ist es ganz undenkbar für dich, wenn du das jetzt so innerlich durchspielst, zu sagen, ich werde jetzt zum ersten, ich weiß nicht, wie lange die Kündigungsfürsten sind, zum ersten Mai oder so die Kündigung einreichen? Ganz schwer. Da habe ich auch ein Riesenproblem mit. Vielleicht, Denise, hängst du noch nicht tief genug drin, dass der Leidensdruck noch nicht groß genug ist für dich, dass du dich noch sträubst davor. Ja, wie viel tiefer soll ich denn dann noch da reinkommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, dass du dich noch gekränkter fühlen musst und noch gedemütigter. Weil du wirst ja nur benutzt von diesem Mann. Wie ein Ding wirst du benutzt von ihm. Ja, und ich kriege ja auch noch einen Bonus bezahlt am Ende des Monats. Er zahlt das auch noch? Ja. Wie viel zahlt er? Das sind zwischen 700 und 900 Mark. Das zahlt er dir, weil er Sex mit dir hat. Ja. Das ist ja ein Ding. Das macht das Ganze ja noch viel schlimmer, finde ich. Du bist ja seine Exklusiv-Prostituierte. Ja. Seine Sklavin und Exklusiv-Prostituierte. Da musst du raus, Denise. Hm. Was hast du für ein Gefühl, wenn du morgens vor dem Spiegel stehst und dich anguckst? Du hast doch fast gar keine Selbstachtung mehr wahrscheinlich. Ja, ich mache mich nur zurecht und gehe zur Arbeit. Also weiter denke ich im Moment auch gar nicht. Hm. Du machst dich für ihn zurecht hauptsächlich. Ja, natürlich. Hm. Und nimmst du dieses Geld, was für ein Gefühl hast du, wenn du dieses Geld annimmst? Er wird es dir überweisen, aber du nimmst es ja an. Was ist das für ein Gefühl? Ein unbehagtes... Ja, nicht so ein tolles Gefühl, ne? Das ist so entwürdigend, finde ich, was du da erzählst. Ich sage dir das nur mal so von außen noch mal so ganz klar und vielleicht auch sehr massiv. Vielleicht hat das auch eine Wirkung bei dir. Denn die Entscheidung kannst du natürlich nur du treffen, da raus zu gehen und dich zu lösen. Von außen betrachtet, ich als neutrale Person, finde das katastrophal, was da abgeht. Hm. Es macht dich so klein und jämmerlich. Ja. Und ich verachte auch sehr diesen Mann, was der mit dir macht. Ja. Und ich wünsche dir wirklich nur von ganzem Herzen, dass du diese Kraft aufbringst, so schnell wie möglich da raus zu gehen. Du verlierst eine gewisse Lust, nämlich die Sexualität, aber du gewinnst deine Selbstachtung wieder. Und das ist das Wichtigste überhaupt für mich. Ja. Und wie soll ich das machen? Indem du kündigst. Ja. Nur so geht es. Keine Gespräche führen, gar nichts kündigen. Naja, aber dann habe ich auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ja. Also, und dich intensiv um einen anderen Job suchst. Also, das sind jetzt so diese formal pragmatischen Probleme, die da ranhängen. Das musst du natürlich auch so gut wie möglich einfädeln. Aber du musst nur, oberstes Gebot ist jetzt, du musst so schnell wie möglich und für dich sozialverträglich da raus. Ja. Melde dich bitte bei mir nochmal, wenn du es geschafft hast. Ja, wenn ich mache. Das würde mich sehr interessieren und ich wünsche dir wirklich alles Gute und drück die Daumen, dass du die Kraft dafür aufbringst. Okay, Lumian. Alles Gute. Ich werde es versuchen. Dankeschön. Alles Gute, wiederhören. Ja, tschüss. Sexfalle. Unser Thema heute Nacht. 0800 5678 111. Die Besenkammer übrigens in London. Ihr wisst, ne? Also, Boris Becker könnte auch anrufen. Sowas ist ja auch sowas wie eine Sexfalle. Hier ist nicht Boris Becker, 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 ist auch gut, Becker, sondern Siggi. Ja. Ein Siggi mit zwei G, daher der Becker. Siggi, du bist 47 Jahre alt. Richtig, ja. Morgen, Lumian. Was hast du uns zu erzählen zu dem Thema? Tja, Thema Sexfall. Sag mal, ich bin über Jahre hinaus durch EC-Besuche und meinen immer mehr gesteigenden Hang. Was hat er gesagt? IC-Besuche? AeroCenter. AeroCenter. Mhm. Puff, kann man auch sagen. Kann man auch sagen. Genau, gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Tja, und da hat sich also meine Neigung immer mehr entwickelt, mich also von Dominas versklaven zu lassen. Mhm. So, das ist auf der einen Seite eine ganz nette Sache, wenn man diese Fantasien ausleben kann. Ein großer Nachteil ist natürlich der finanzielle Background, den ich also eigentlich nicht habe und den ich aber dafür aufbringen muss. Mhm. Was kostet denn so eine Session? Na gut, das fängt bei 250 Mark an und je nach Wünschen nach oben hin geht das in die Tausende rein. Die hast du auch schon ausgegeben? Das habe ich auch schon ausgegeben, ja. Was ist denn dann, nehmen wir mal an, das Ding kostet, so eine Aktion kostet 2000 Mark. Mhm. Was ist denn da das Besondere? Was wird da geboten? Ja gut, bis an die Grenze bin ich noch nicht gegangen, aber 1000 Mark habe ich schon gegeben. 1000 Mark, gut, nehmen wir das Beispiel. Ja gut, das fängt an mit Fesselspielen, mit Spielen mit Kerzenwachs, Natursekt, ist vielleicht bekannt. Pipi, sagen wir, können wir auch sagen. Kann man auch sagen, ja. Ja, und was für mich eine sehr wichtige Sache ist, dass also die verbale Erotik sehr gut ist. Das heißt, dass die Frau, die du mir ja dich niedermacht, verbal, beschimpft. Ja, nicht unbedingt beschimpfen, sondern die Art und Weise eben diese Situation zu gestalten. Achso. Das muss nicht unbedingt ein Niedermachen in dem Sinne sein, sondern einfach nur, ja, dass sie es versteht eben, die Sache läuft im Kopf ab. Mehr als körperlich eigentlich. Das Körperliche ist mehr ein Beiwerk, sage ich mal. Ja, und ich habe also selbst schon versucht, da loszukommen, weil ich bin verheiratet. Meine Frau ist natürlich nicht von so etwas begeistert. Das Ganze läuft wie viele Jahre jetzt? Hat angefangen so vor 15, 17 Jahren. So lange? Ja. 17 Jahre. Wie lange bist du verheiratet? Acht Jahre. Acht Jahre. Weiß deine Frau davon, dass du das machst? Ja. Die weiß das. Ja. Wie geht die damit um? Es war eine Zeit lang für sie sehr, sehr schwer, weil ich also... ...wirklich insoweit in eine Abhängigkeit zu diesem Sex gekommen bin, dass ich die kleinsten Gelegenheiten genutzt habe, um irgendwie schon aus diesem Ehealltag zu flüchten. Und man setzt sich ins Auto rein und sagt, ich fahre in die Stadt einkaufen und man findet sich also in so einem Aero-Center wieder. Ja. Hat sie mit Eifersucht reagiert? Weniger mit Eifersucht, sondern mit einer größten Traurigkeit natürlich. Ja, sie fühlt sich natürlich auch zurückgesetzt dadurch. Natürlich. Hast du ihr das eigentlich vor der Ehe offenbart oder ist das so peu a peu irgendwie rausgekommen? Ich habe ihr das nicht in dem Maße offenbart, wobei es auch zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, auch nicht so weit fortgeschritten war. Da war das also, sag ich mal, da ging das halt nur bis zu diesen Pipi-Spielchen oder sonst was. Und es hat sich, ja, so eine gegenseitige Frustsituation aufgebaut, dass sie sich auch zurückgezogen hat, was ich verstehen kann. Und dann hast du das immer mehr gesagt. Und ich bin da immer wieder weiter reingekommen und habe auch das Pech gehabt, an Frauen zu kommen, die das sehr gut verstehen, so eine Situation auszunutzen. Also irgendwann war es dann völlig raus für deine Frau, dass du das machst. Ja. Hat das die Ehe nicht sehr belastet oder belastet das die Ehe bis heute nicht sehr? Natürlich belastet das die Ehe sehr. Wie ist denn euer Sex in der Ehe? Ist das ein normaler Sex oder auch so ein bisschen... Nein, wir haben eigentlich nur normalen Sex gehabt, aber wir haben jetzt schon über zwei Jahre nicht mehr miteinander geschlafen. Überhaupt nicht mehr miteinander geschlafen. Wie oft gehst du zur Zeit? Nehmen wir mal so die letzten drei, vier Monate. Ich versuche das auf einmal im Monat zu beschränken. Ich schaffe es aber nicht immer. Es sind auch Monate dabei, wo ich auch so zwei- oder dreimal gehe. Was ist das dann für ein Gefühl, wenn du von der Domina kommst und nach Hause dich an den Armbottisch setzt? Ist das nicht jedes Mal... Ja, es ist in der Regel so, dass ich mich aus den Armen später dann verdrücke, weil insofern haben wir eine Absprache, dass wir gesagt haben, okay, wenn ich gehe, dann gehe ich abends, weil wir haben auch so zwei Kinder noch im Hause und wir wollen nicht unbedingt, dass die Kinder das mitkriegen. Also sagst du das jedes Mal deiner Frau oder denkt sie sich das? Jetzt weiß sie das, dass ich weggehe, ja. Also du sagst es vorher? Du sagst heute Abend, ich gehe jetzt wieder dahin? Ja, Gott sei Dank schaffe ich es, dass ich nicht jedes Mal da reingehe. Aber ich muss einfach oft raus. Und danach treibst du dich noch ein bisschen in der Stadt rum oder so, dass du nicht sofort nach Hause kommst? Ja, genau. Und wenn du dann am nächsten Tag oder spätabend zu Hause kommst, redet deine Frau mit dir darüber oder schweigt man dann? Wir reden eigentlich nicht darüber. Ja, das ist eins, was ich schon mal sage, sie sieht es mir auch an, ob ich irgendwas unternommen habe oder nicht. Weil ich weiß nicht, du kennst vielleicht Poppers aus der Zähne? Das ist ein Riechstoff, den inhaliert man kurzfristig. Ja, so das nehme ich also auch schon mal. Und das kann man natürlich an den Lippen hinterher sehen, weil die sich auch verfärben oder so. Ach, das sieht man an den Lippen? Ja. Dadurch hat sie das also früher auch häufiger bemerkt, dass ich halt unterwegs war. Was ist für dich das Extremste, was du schon mit so einer Domina gemacht hast oder was sie mit dir gemacht hat? Kavierspiele. Kavierspiele. Ja. Das ist ja nur sehr ekelhaft, ne? Das heißt also mit Ausscheidungen. Ja, das Verrückte an der Sache ist, ich sag mal, da ist es eben auch, im Kopf spricht mich das an, diese Art einer gewissen Erniedrigung. Die Durchführung ist dann wieder eine ganz andere Sache, wo man dann auch sagt, nee, ja. Aber bis zu diesem Punkt halt ist es irgendwo geil und erregend. Also es ist sehr ekelhaft und ich muss mich jetzt auch ein bisschen zusammenreißen. Und dennoch will ich eine Frage stellen, damit man sich das vorstellen kann. Ich drücke es ganz vulgär aus oder ganz normal. Es kackt die Domina dir auf den Körper. Ja. Und das findest du geil? Bis zu dem Punkt hin, nein, das ist ja, wenn das dann passiert ist, finde ich das auch nicht mehr geil. Ja, das ist nur bis zu dem Punkt, im Kopf ist es eine sehr erregende Sache. Ja, das ist bei vielen Dingen... Weiß deine Frau, das ist so extrem, da manchmal... Nein, 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 nein. Ich möchte das ja auch nicht unbedingt. Ja, ich bin auch selbst vor zwei Jahren also schon mal zu einem Psychologen gegangen in dieser Hinsicht. Nur der sagt, es ist unheimlich schwer, jemanden davon runterzubringen, weil ich diese Sache an sich als gut empfinde. Und ich hätte keine körperliche Störung, die man jetzt beseitigen könnte. So, insofern bist du wirklich ganz, ganz exemplarisch für diese Sendung. Ja. Du bist in einer Sexfalle, ne? Du empfindest Lust irgendwie dabei, aber willst eigentlich auch raus, weil es eine Sackgasse ist, in der du leistest. Natürlich, ja. Vor allen Dingen, weil ich liebe meine Frau. Ich bin sehr erstaunt darüber, dass diese Ehe überhaupt noch hält. Ja. Allein aufgrund dessen, dass ihr gar keine Sexualität mehr habt. Deine Frau hat auch sicher Sehnsüchte und Interessen. Wo geht sie mit ihrer sexuellen Leidenschaft hin? Das ist schwer zu sagen. Meine Frau ist also sehr irgendwie in sich zurückgezogen. Gut, meine Frau ist keine Deutsche. Meine Frau ist Chinesin. Ist vom Typ her sowieso irgendwie etwas anders, die ganze Situation. Wie alt ist deine Frau? 40. 40. Äußerst adaktiv, süß. Ja. Umso schlimmer und umso trauriger, dass das so ist, ne? Ja. Du warst einmal beim Psychologen und der hat dir wenig... Ja, über mehrere Stunden natürlich. Ja, ja, klar. Aber der hat ja wenig Mut gemacht. Das hat überhaupt nichts gebracht, muss ich sagen. Nein, leider nicht. Ich hatte mir da auch mehr von versprochen. Die Argumentation war, weil du es ja eigentlich gut findest. Aber eigentlich findest du es ja auch wiederum nicht gut. Ja. Das ist ja wirklich so ein Hin und Her. Ich würde mich damit nicht zufrieden geben, mit dieser einen Aussage von dem Psychologen. Das Problem, was ich eigentlich habe, ist, dass ich immer wieder eigentlich Frauen vom Geist her mag, die etwas dominant sein können, die führen. Vielleicht habe ich da auch Angst, diese Matchrolle zu übernehmen. Und komme immer aber mit Frauen zusammen, die im Lieb, brav und nett sind und sexuell überhaupt nicht aktiv sein wollen. Darf ich dich fragen, was du vom Beruf machst? Ich habe mal technischer Zeichner gelernt. Heute mache ich so etwas Ähnliches im Konstruktionswesen. Ah ja. Weil man oft dieses Phänomen, was du von dir beschreibst, bei Menschen und bei Männern hört, die sehr viel Macht ausüben, den ganzen Tag dominant sind und endlich dann mal sich jemanden zu Füßen werfen wollen. Kommt aber auch sehr viel bei Zwillingen vor, habe ich festgestellt. Bist du ein Zwilling? Ja. Also vom Sternzeichen oder bist du ein... Sternzeichen. Ach, vom Sternzeichen. Achso. Ich dachte, du wärst ein Zilligs Bruder. Nein, nein. Das habe ich also von verschiedenen Frauen gehört, die sagen, weil die sind wirklich zwiespältig, diese Leute. Also ich stelle jetzt mal fest, du hast eine Frau, die du liebst und die du achtest. Ja. Du bist verheiratet. Ja. Und diese Ehe ist sehr gestört durch diese obsessive Sexualität, die du betreibst. Das ist schon mal sehr negativ. Ja. Und dann fühlst du dich selbst auch... Würdest du dich, Zwischenfrage eben, Würdest du dich, wenn du nicht verheiratet wärst, auch unwohl fühlen in dieser Situation, in der du bist? Nicht so krass. Nicht so krass, aber irgendwie auch schon. Äh, ja, unwohlsam. Deswegen, weil man dieses Gefühl hat, man gerät da wirklich in eine totale Abhängigkeit. So. Und deshalb möchte ich das Urteil von dem Psychologen, bei dem du warst, anzweifeln. Ich finde, das sind schon mal gute Voraussetzungen für einen Patienten, einen Klienten, etwas zu verändern. Ähm, ich würde gerne, dass du ein Gespräch mit meiner Psychologin führst. Ja. Kein großes psychologisches Gespräch, aber vielleicht ein beratendes Gespräch, an wen du dich gezielt wenden könntest. Und dann würde ich dir das wirklich dringend empfehlen, allein um eure Ehe zu retten und die wieder ins Lot zu kriegen. Ihr habt ja Kinder und das hat ja eine große Tragweite. Du wirst es vielleicht nicht ganz wegkriegen, aber dass in irgendeiner Weise eine kompetente psychologische Begleitung erst mal stattfindet. Ja. Hast du die Sorge vielleicht sogar, dass das noch ausufert, dass das noch extremer wird, dass das immer gieriger vielleicht wird? Ähm, ich bin schon eigentlich an einer ziemlich weiten Grenze, aber über die Jahre hat man gemerkt, man geht natürlich immer weiter, weil man immer wieder einen neuen Kick sucht. Das ist vergleichbar wie ein Mauschgift. So, und das ist jetzt die Frage auch, die der Psychologe mitklären muss. Warum bist du so gestrickt, dass du diesen Kick immer wieder brauchst und dass du diesen Kick innerhalb der Sexualität dir suchst? Ja. Und da gibt es so hundertprozentig gute Psychologen, die sich dann mit dir beschäftigen könnten. Ja. Lieber Siege, leg mal auf und Elke, meine Psychologin, ruft dich an. Alles klar. Alles Gute. Darf ich noch eine kurze Sache sagen? Bitte. Gestern war dieser Herr, der das Problem mit dem Zahnarzt hatte. Ja, ja. Ich hatte vergleichbare Probleme. Aha. Falls er zuhört, er soll zu einem Zahnarzt oder zu mehreren hingehen, nach Möglichkeit meiner Meinung nach einen Jungen sich suchen und wirklich offen und ehrlich von Anfang an über seine Probleme reden. Weil ich hatte auch panische Angst vor Spritzen und sonst was. Man muss mit den Leuten ruhig reden und dann wird er sehr wahrscheinlich auch nicht so burschig, kurz auf ihn zugehen und ihn da niedermachen. Ja, und man muss reden, um auch abschätzen zu können, wie der Zahnarzt drauf ist. Da kann man ja in dem Gespräch schon merken, nee, der ist nichts für mich, der geht mir doch zu radikal vor. Ja, danke für deinen Hinweis, einen Tipp, Sie. Ich danke auch. Alles Gute. Tschüss. 1.33, 55 Sekunden, kleine Pause. 1.33, 56 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 Sekunden, kleine Pause. Auf die Sekunde, 1 Uhr 34 und 30 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Sexfalle, in der Sexfalle. Seid ihr in einer Sexfalle oder habt das Gefühl in eine Falle geraten zu sein, in puncto Sexualität, die euch irgendwie gefällt, aber irgendwie auch nicht gefällt, eine Hörigkeit entstanden ist, ein Suchtverhalten entstanden ist, wie auch immer, wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Hannes, begrüß dich herzlich, 36 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, grüß dich, Domian. Ja, Hannes, guten Morgen. Erzähl, wieso hast du angerufen? Ja, was soll ich sagen? Ich habe einen Freund und bin verheiratet. Und meine Frau weiß davon nichts. Moment, ich habe das nicht. Du hast einen Freund und dann habe ich es nicht verstanden. Der heiratet? Nein, ich bin selber verheiratet und habe trotzdem einen schwulen Freund. Aha. Naja. Und meine Frau weiß davon nichts. Und das wäre die Sexfalle. Verstehe. Wie lange hast du diesen schwulen Freund schon? Äh, 10 Jahre, ne, Eckart? Ja, 10 Jahre. Ach, der schwule Freund ist auch da. Ich bin bei ihm zu Hause. Du bist bei ihm zu Hause. Und der heißt Eckart. Ja, der... Das habe ich jetzt gerade gehört. Wie lange bist du verheiratet? Äh, 17 Jahre. 17 Jahre. Und ist der Mann, mit dem du jetzt den Kontakt hast, mit Eckart, ist das dein erster Mann? Mhm, ja. Wie hat sich das damals ergeben? Du warst ja schon verheiratet. Wie hast du diesen Mann kennengelernt und wie kam es dann zu einer erotischen Beziehung? Ich habe ihn... Er war mein Chef bei der Arbeit und wir haben uns da kennengelernt und lieben gelernt und ja, wie gesagt... Also es ist nicht nur eine reine Sexbeziehung, sondern eine wirkliche Liebesbeziehung, auch die euch beiden verbindet. Ja, ja, ja. Ist denn Eckart solo oder ist er auch verheiratet? Nein, der ist so... Der ist richtig schwul. Ich bin... Wie? Also... Ich verstehe. Hast du oder habt ihr Kinder auch? Ich habe eine Tochter. Eine Tochter. Deine Frau ahnt von dem Ganzen, was da jetzt seit 10 Jahren abgeht, überhaupt gar nichts? Nein, nein, nein. Und mein schwuler Freund hat einen Sohn. Der hat einen Sohn. Achso, dann hatte der auch schon mal eine Verbindung zu einer Frau früher. Ja, der war verheiratet auch. Auch verheiratet. 10 Jahre Betrug an deiner Frau. Das ist ja doch ein dicker Hammer. Ein dicker Hund, ja. Liebst du deine Frau? Ja. Hast du mit deiner Frau auch Sex? Ja. Ja, habe ich. Aber... Wie oft siehst du deinen Freund? Zweimal im Monat. Ach, zweimal im Monat nur. Wohnt ihr nicht in einer Stadt? Ja, er wohnt auf dem Dorf und ich wohne in der Stadt. Aber da sind drei Kilometer Unterschied, also das ist nicht viel. Hannes, könnte ich den Eckart mal kurz haben, wenn er vielleicht Lust hat? Ja, ja. Wir reden gleich weiter, ja. Hallo Jön. Das ist der Freund. Hallo Eckart. Ja. Du kannst mich gut hören, hoffe ich. Ja, ich höre dich gut. Die Leitung ist nicht so ganz doll. Ja, ist nicht ganz gut, aber ich fühle dich im Fernsehen. Ja, ich habe das jetzt alles gehört. Du hast ja auch zugehört, was Hannes erzählt hat. Ja. Provoziert dich das denn nicht auch sehr, dass Hannes nicht eine Entscheidung trifft, nämlich die Entscheidung für euch? Das ist ja alles richtig, weißt du, aber wenn du jetzt mal in einen Mann verliebt hast, so wie ich jetzt, was ich, ich weiß nicht, ob es Hannes schon erzählt hat, ich war voll auch sehr falsch gewesen. Ich habe einen Sohn, der ist also 20 und ja, ich bin ein bisschen älter als Hannes und ja, gut. Also die Frage ist ja, ob... Ich habe schlechtes Gewissen, weißt du, gegenüber seiner Frau, ich kenne die Frau gut und also... Achso, das heißt sogar, ihr seid befreundet alle miteinander. Ja, klar, klar. Du verkehrst auch in dem Haushalt von Hannes und seiner Frau. Ja, ja, klar. Und die arme Frau weiß überhaupt gar nichts, was zwischen euch abläuft. Nein, weiß ich nicht. Ihr spielt also immer Theater, wenn du zu Besuch hinkommst. Ja, wollen wir mal so sagen, sie denkt, oder sie sind heute auch noch mal gerade hier gewesen, heute Nachmittag, haben wir Kaffee gezogen und... Sie denkt, dass ihr gute Kumpel seid, denkt die. Richtig, ja. Ist ja ein sehr beschissenes Spiel, was ihr da spielt. Ist auch beschissen. Muss ich dir sagen. Wobei die Kritik nicht in erster Linie dich trifft, sondern Hannes. So was macht man nicht mit einer Frau, mit einem Mensch, mit einem Partner. Richtig. Ist alles richtig. Aber du musst mich auch verstehen, weißt du. Ich möchte meine Liebe haben und er gibt sie mir. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Und wenn er sie nicht entscheiden kann, muss er mit dem Konsequenzen leben oder was? Aber du machst eben, das wollte ich eigentlich erfahren, du machst ihm auch keinen besonders großen Druck. Nein, 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 gar nicht. So, jetzt gibst du bitte Hannes nochmal zurück, Eckhardt. Ja, klar. Danke für das kurze Gespräch. Danke, schön. Tschüss. So, Hannes. Jetzt halt den Kopf hin. Den muss ich aber erst radikal waschen bei dir. Finde ich super beschissen, was du da machst. Ja. So geht man doch nicht... Ich weiß es, ich weiß es. Ja, aber machst du es denn dann, Mensch? So geht man doch nicht mit einem Menschen um, den man achtet und ehrt. Und du sagst, dass du deine Frau achtet und achtet. Liebst sogar. Soll ich es ihr denn sagen? Aber natürlich sollst du es ihr sagen. Du hast sie zehn Jahre... Das muss man sich mal vorstellen. Meine Frau ist schwer krank. Die hat MS. Und soll ich ihr das wirklich sagen? Wie lange ist sie denn schon schwer krank? Auch, auch, auch acht, zehn Jahre schon, ja. Gut, das macht das Ganze noch problematisch. Musible Sklerose, weißt du, was das bedeutet? Ja, das weiß ich sehr wohl, was das bedeutet. Das macht das Ganze natürlich noch tragischer und viel komplizierter. Jetzt im Rollstuhl. Das heißt, die Frau ist auch auf dich angewiesen? Ja, ist auf mich angewiesen. Ich kann nicht einfach weglaufen. Umso beschissener finde ich das, was du alles machst. Ja. Umso beschissener finde ich es. Es ist so mies irgendwo. Jetzt ist die Frau schwer krank und sie jetzt... Ich soll mal fragen von meinem Freund, ob er ein schlechtes Gewissen haben muss. Ja, das schlechteste Gewissen musst du haben, finde ich. Ja, das habe ich auch, ja. Ja, ja. Wie schwer ist denn die Erkrankung deiner Frau? Ich sitze im Rollstuhl und, ja, kann sich kaum bewegen. Mhm, mhm. So, wie kriegen wir da jetzt klare Verhältnisse rein, in diese Situation? Gar nicht eigentlich. Du denkst dir das so, du wirst das noch weitermachen, bis sie stirbt, oder was? Wollen wir es mal gleich so klar ausdrücken? Ja, so weit habe ich noch nie gedacht. Aber wenn du das so sagst... Ja, mir läuft es kalt den Rücken runter, Hannes, wenn ich das höre. Wirklich. Wirklich. Wieso hast du dich denn nicht früher dann von deiner Frau getrennt? Überhaupt, wenn du merkst, dass du deinen Mann so sehr liebst und... Das ist dir jetzt auch völlig egal, ob das eine schwule Beziehung ist, die du da führst. Ich würde dich genauso beschimpfen. Natürlich. Natürlich. Was für eine Frage. Wenn du jetzt zehn Jahre eine andere Frau neben mir hättest. Das ist so... Mir fehlen die Worte. Vor allen Dingen, wenn es auch noch eine kranke Frau ist. Ja, Eckart sagt gerade, scheiße ist das. Allerdings. Okay, Domian, ich danke dir. Ich muss da selber erstmal drüber nachdenken. Ja, okay. Dann denk mal drüber nach. Wird ja auch Zeit nach zehn Jahren. So kann es nicht weitergehen. Ich finde es so wirklich nicht in Ordnung. So kann man nicht leben. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ja, Hannes. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Karin, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Karin. Ach, dich verstehe ich viel besser als die Männer gerade. Ja. So, Karin, 25 Jahre alt. Ja, genau. Also mein Problem ist eigentlich, ich bin eigentlich in einer Sexfalle, die ist überhaupt nicht schön. Nämlich, ich bin seit fast acht Jahren mit meinem Mann zusammen und wir schlafen so gut wie nie miteinander. Seit acht Jahren? Also eine Jugendbeziehung? Ja. Und ihr schlaft überhaupt nicht miteinander? Also das letzte Mal war letztes Jahr im Januar. Also über ein Jahr her. Warum ist das so? Das war eigentlich von Anfang an so und... Ganz am Anfang auch, auch so in der Phase des Verliebtseins lief sexuell auch nicht viel? Nee. Warum nicht? Ich, also ich habe keine Ahnung. Ich, ähm... Es ist aber bei ihm halt irgendwo generell so, weil er hatte, er ist 36. Mhm. Er hatte vor mir eine Frau, mit der war er auch acht Jahre zusammen. Mhm. Und mit der hat er kein einziges Mal geschlafen in der ganzen Zeit. Also liegt es an ihm und nicht an dir? Ja, weil ich meine... Du würdest schon gerne. Ja, natürlich würde ich. Und ich meine so, wenn ich weggehe oder irgendwie unterwegs bin, ich könnte da wirklich zigmal irgendwie was anfangen. Weil du eine attraktive junge Frau bist und gute Chancen hättest? Äh... Meistens, ja. Ja. Nur ich, äh, ich meine, ich würd ja gern und irgendwie kann ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Wie ist das denn... Wie ist das denn, wenn ihr miteinander schlaft? Wenn es nun auch alle Jubeljahre mal vorkommt? Absolut unbefriedigend. Absolut unbefriedigend. Es ist dann nur so eine Muss-Nummer oder wie? Äh... Nee, es ist eigentlich, ähm... Der gibt sich da wahnsinnig viel Mühe und ewiges Kuscheln und hin und her. Und es ist mir aber alles viel zu soft und viel zu weich. Und ich kann, also ich kann damit nichts anfangen. Mein Gott, in diesen acht Jahren, wie oft habt ihr denn überhaupt miteinander geschlafen? Oh, ich glaube, das kann ich an beiden Händen abzählen. Wie hältst du das aus? Ähm, ja, sehr schlecht. Mhm. Was vermutest du? Ich meine, darüber macht man sich doch dann Gedanken als Frau, äh, was dahinter steckt. Wenn er, es scheint ja offensichtlich nicht an dir zu liegen, wenn er mit seiner Vor- vor ihren Beziehungen das genauso gemacht hat. Was ist denn mit dem Mann los? Ich weiß es nicht. Wir haben da schon echt das Thema, das ist bei uns bald kaputt geredet. Und, also... Hast du das Gefühl, dass er ehrlich ist? Dass er ehrliche Antworten gibt, ja? Ja. Ja, also, äh, was Ehrlichkeit anbetrifft und Vertrauen, da ist bei uns absolut top. Also das... Aber er muss doch auch sexuelle Gelüste haben in dem Alter. Ja, kann ich dir mal annehmen. Ja, ja. Das ist zum Beispiel eine Frage, die du ihm stellen könntest. Hast du keine sexuellen Sehnsüchte? Ja, er sagt immer schon. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Und wo lässt er die? Wie befriedigt er die? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und naniert er? Ähm, das habe ich ihn auch schon mal gefragt. Er hat gemeint, das tut er hin und wieder. Ja. An was denkt er dann? Ähm, das habe ich ihn nicht gefragt. Wichtige Frage, ne? Ja. Das macht ihn dann ja richtig scharf. Und da könnte man ja auf eine Spur kommen. Wo... Wohin? Ja, gut, ich meine, auf was er steht, weiß ich schon. Auf was steht er denn? Ja, er steht halt, ähm... Ja, drauf, wenn er so richtig... Äh, wenn sich eine Frau halt so richtig im weitgeschwingenden Blümchenkleid und so... So richtig jungfräulich, ähm... Wenn er halt da wahnsinnig drum kämpfen muss, dass er die so weit kriegt. Mhm. Und ich meine, ich bin nicht gerade der Typ, der im weitgeschwingenden Blümchenkleid so aufhört. Mhm. Also, ich ziehe mir halt, ähm... Ja, ich ziehe mich meistens ziemlich körperbetont und ziemlich sexy an. Und das ist halt auch schon was, das er überhaupt nicht leiden kann. Ja. Weil das ist dann zielgerichtet und alles, was zielgerichtet ist, turnt ihn ab. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass er sich diese Blümchenkleiderfrauen irgendwo anders sucht? Ja. Ah, er geht fremd? Nein, fremdgehen tut er nicht. Nee, nee, aber zum Beispiel Internet oder sowas. Ach, sowas. Ja. Das ist dann so halbes Fremdgehen. Geistig. Geistig. Warum habt ihr überhaupt geheiratet, wenn das am Anfang auch schon so verspannt alles war? Ähm, ja, das ist so. Wir haben eigentlich so eine wahnsinnig tiefe Basis in unserer Beziehung. Also, wir können unheimlich gut miteinander reden und er ist für mich ein unheimlich wertvoller Mensch. Und, ähm, weißt du, was du gerade sagst, ist die Qualifizierung einer Top-Freundschaft. Ja, genau. Das ist auch was wir, wir haben ja eine geniale WG, aber mehr ist es nicht. Aber warum einigt ihr euch denn nicht darauf, äh, dass ihr Freunde seid? Vielleicht die tollsten Freunde überhaupt, die immer auch zusammenbleiben als Freunde, aber dass ihr sexuell eure eigenen Wege geht? Warum nicht? Ja, ich meine, zum, zum einen ist es so, wir haben ein Kind. Mhm. Und, ähm, wir haben das schon mal versucht, also das heißt, er hat mir letztes Jahr im April, hat er mir einen Seitensprung genehmigt. Mhm. Weil es gab da also einen Mann, ähm, also einen Bekannten von mir, äh, mit dem war halt irgendwie, ja, sofort ein Wahnsinnskribbeln da. Und das wusste er auch, ich, weil ich meine, wir reden über wirklich alles und ich habe ihm das auch ganz offen erzählt. Und dann haben wir so über einen Seitensprung halt gesprochen und dann meinte er halt, ja, wenn ich ihm verspreche, dass das dann halt nur eine einmalige Sache ist und, ähm, ich halt Sex und Liebe trenne und mich da halt nur so austob. Mhm. Dann ist es okay, dann kann er damit leben. Du hast es, du hast es gemacht. Aber wie? Also, du warst ja nicht irgendwie gehemmt. Nee. Du bist richtig aufgeblüht. Ja, also es war wirklich dann zwölf Stunden nonstop. Also ich konnte nach drei Tagen nicht mehr laufen. Aber wenn man dann so einmal so ein bisschen, äh, da geschnüffelt hat. Ja. Äh, hattest du nicht Lust dann auf mehr, dass sich das doch nochmal wiederholen? Ja, das war ja genau das Problem. Und seit meinem Seitensprung will ich jetzt auch gar nicht mehr mit ihm schlafen. Ich meine, mir fehlt es endlos. Aber ich habe jetzt einmal gemerkt, wie geil Sex sein kann. Und wenn... Du hast ihn vorher schon immer begehrt noch. Vorher, vor diesem Seitensprung. Ja. Ja. Weil da kannte ich es nicht anders. Weil mein Mann war der Erste, mit dem ich halt geschlafen habe. Achso, es gab ganz früher auch keine anderen Männer in deiner Jugend. Ja, doch schon. Aber halt mit denen wollte ich damals noch nicht schlafen. Verstehe. Von mir aus. Und... So, jetzt ist, das ist doch schon mal ein interessanter Anfang gewesen. Er hat dir das einmal gestattet. Und war, war er eifersüchtig, war er dennoch vielleicht ein bisschen eifersüchtig? Oder hat er das ziemlich cool hingenommen? Ja, also am Anfang hat er gemeint, so, ja, das, er wird damit klarkommen. Und hinterher dann aber. Mhm. Also, das ist dann total ausgeartet, viel mehr, als wir alle angenommen hätten. Also, das war eben, wie gesagt, die absolute Hammernacht. Also, er wurde, hast du ihm das auch so gesagt? Hast du so geschwärmt? Nee, 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 um Gottes Willen. Aber er hat das wahrscheinlich schon... Wir haben auch vorher abgemacht, dass wir da niemals drüber reden. Ah ja. Aber wurde er denn dennoch eifersüchtiger hinterher, als es vorbei war? Oder wurde... Und wie, weil ich meine, das Problem war, der Mann, mit dem ich das hatte, der konnte mich danach gar nicht mehr loslassen. Und ich ihn irgendwo auch nicht, weil wir gegenseitig total aneinander gefesselt waren durch die Erlebnisse. Und das hat dein Mann mitbekommen und da wurde die Eifersucht geschürt? Ja, genau. Und ich meine, der Mann, mit dem ich das damals hatte, vor einem Jahr, der macht mir bis heute noch einen Heiratsantrag. Ach so. Ja, die Männer sind immer schnell mit im Heiraten, wenn es einmal im Bett gut geht. Ja. Ja. Und du würdest die Gefühle, die du zu deinem Ehemann hast, schon als Liebe bezeichnen? Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Bist du dir nicht mehr so sicher? Nicht mal das. Ich dachte, du hättest jetzt geantwortet, ja, so wie man einen Freund liebt vielleicht. Ja, wie ein Freund, genau. Aber nicht wie ein Partner. Aber das sagt ja schon so viel aus, Kari, wenn du das so sagst. Ja. Alles, was du jetzt gesagt hast, geht, deutet oder weist in die Richtung der Trennung. Alles. Ja, ich meine, mit den Gedanken spiele ich auch schon sehr, 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 sehr lange. Also auch schon vor dem zweiten Sprung. Und ich kann eigentlich auch gar nicht verstehen, dass das so Probleme mit sich bringt, wenn beide keine richtige Erfüllung in der Sexualität finden. Und er offensichtlich das ja auch gar nicht will mit dir. Dann könnte man, ihr habt ein Kind, könnte man sich auch wunderbar einigen darauf, wir sind wirklich irgendwie wie Bruder und Schwester oder die besten Kumpels. Ja. Ich habe das schon, also wir haben schon sehr viele Trennungsversuche in Anführungszeichen hinter uns. Also ich wollte schon ganz oft gehen und er kann wahnsinnig gut reden, wirklich wahnsinnig gut reden. Und wenn der dann fünf Stunden auf mich einredet, dann weiß ich nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich finde, du solltest dann einfach mal von dieser Sexnacht erzählen. En Detail erzählen. Wie viel Spaß dir das gemacht hat und was du da kennengelernt hast. Aber ich will ihm ja gar nicht wehtun. Was heißt wehtun? Es ist die Wahrheit. Und manchmal muss Wahrheit auch wehtun. Manchmal muss Wahrheit wehtun. Es ist ja der Grund deiner Unzufriedenheit. Dann kannst du das raussprechen. Wenn das für ihn dann schmerzlich ist, dann ist es für ihn halt schmerzlich. Ja. Ihr könnt ja so nicht alt werden miteinander. Das ist ja eine endlose, eine nicht endende Frustration. Für dich und für ihn wahrscheinlich irgendwie und irgendwo auch. Da muss man sich doch als vernünftiger Erksender Mensch, muss man doch irgendwie einen Weg finden. Ja, ich meine, mir persönlich wäre es ja auch am liebsten, wenn wir uns wirklich trennen. Weil ich meine, der wird immer mein bester Freund bleiben. Eben, weil ich mit ihm wahnsinnig gut reden kann und alles. Aber es ist halt echt so, dass er, sobald ich das anspricht, der bricht in Tränen aus. Der heult, der klammert sich an mich und sagt, nein, bitte und komm. Dann muss er weinen, dann muss er dann durch. Das ist so. Er wird es auch alleine schaffen. Aber ich, ja, mir tut ja dann so leid. Ja, aber Mitleid ist kein guter Wegbegleiter für einen Menschen. Wirklich nicht. Das Wichtigste ist jetzt, dass man ehrlich miteinander umgeht und dass du klar auch deine eigenen Bedürfnisse siehst. So. Und daraus resultiert auch eine räumliche Trennung, dass ihr nicht in einer Wohnung mehr lebt, finde ich. Das funktioniert niemals, wenn ihr dann an der WG quasi lebt und du holst da die Männer rein. Das geht nicht. Nee, nee, ich meine, das war das einzigste Mal. Das würde ich ansonsten auch nie tun, weil das sage ich schon von meinem Inneren. Nein, nein, nein. Und du musst ihm wirklich das so klar machen, was für eine Sehnsucht du danach hast und wie sehr du darunter leidest. Und da kannst du, wenn es dann hart auf hart kommt, schon auch von diesem Erlebnis erzählen, finde ich schon. Karin. Ja. Alles Gute, mehr kann ich dir nicht sagen. Ja. Alles Gute. Danke. Mach's. Bis dann. Okay. Tschüss. Tschüss. Thomas, 21 Jahre. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Thomas. Endlich bin ich mal durchgekommen. Ja. Und dann bei dem Thema. Ja. Mann. Ja, nee, aber ich fühlte mich bei, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Nee, nee, nee. Ja, ich fühlte mich bei dem Thema mal so angesprochen. Ich guck das ja schon seit Jahren und ich musste diesmal unbedingt anrufen. Und hast dir die Finger wund gewählt und bist durchgekommen? Ja, weil ich bin wirklich in eine Sexfalle geraten. Ehrlich, erzähl. Ja, nein, also es war bei uns in Dortmund in einer großen Disco. Mhm. Und da hab ich halt, ja wie man zum Beispiel machte in den Disco halt eine nette Frau angewaggert. Mhm. Ja, und wir haben uns auch super verstanden und wir haben auch rumgeknutscht. Und es lief halt auf dem One-Eight-Stand raus. Und, ja, sie fragte mich, ob ich mit zu ihr kommen wollte. Und ich fragte auch noch später auf der Fahrt dahin, ja, willst du das wirklich, weil du kennst mich? Ja, das ist kein Problem. Mhm. Ja. Und war das kürzlich jetzt, oder? Nein, das war im Dezember letzten Jahres. Schon ein bisschen älter. Ja, und da waren wir halt bei ihr und wir hatten auch Sex. Mhm. Und, ja, da ist sie halt nach nebenan gegangen. Ich hab mir eine geraucht und dann plötzlich stand da ein ziemlich kräftig gebauter Kerl in ihrem Zimmer und wollte Geld von mir. Ach. Ja, ohne Scheiß. Also, das war echt der Hammer. Also, mir ist da echt alles vergangen. Der Feuer hat dann, also, zu mir gesagt, ja, du musst jetzt bezahlen. So ungefähr 200 Mark wollte er. Ja. Für den Sex mit dieser Frau. Ja. Also, da bist du wirklich in deine Sexfalle geraten. Ja, deswegen fühlte ich mich auch so angesprochen. Aber klassischer geht's gar nicht mehr. Ja, also, das ist total übel gewesen. Weil ich wusste, ich war fast am Heulen, ungelogen. Also, ich wollte nur zu meiner Mama. Du warst nur zur Mama. Was hast du gemacht in dem Moment? Ja, was soll man machen? So, ey, bleib erstmal ruhig und, ja, was ist jetzt überhaupt los? Ja, du hast die gefickt und, Entschuldigung, darf man das nicht sagen. Nee, darf man nicht sagen. Schneid mal raus. Danke. Gut. Nein, also, du hast halt mit ihr geschlafen und jetzt musst du echt, ja, die Kohle, ne? Hattest du denn überhaupt so viel Geld bei dir? Nee, natürlich nicht. Alles, ja, Verzeichen nicht, konnte ja nichts mehr, aber halt alles ausgegeben. Und wie ging's dann aus, das Ganze? Ja, er wollte meinen Personalausweis als Sicherheit. Und ich wusste auch nicht, wie ich ihn sonst irgendwie hätte ablenken können, so, irgendwas geben, was er, womit er nichts anfangen kann, ne? Weil der war ganz schön gewitzt, also, weiß ich nicht. Ja, dann hast du ihn da gelassen, den Personalausweis? Ja, natürlich. Und dann erstmal sofort nach Hause. Ich hab gar nicht geschlafen in der Nacht. Zum Mama nach Hause? Ja, aber ich hab's keinem erzählt. Und am nächsten Tag bezahlt dann? Ja, sofort zur Bank. Ich hab auch gar nicht dran gedacht, die EC-Karte hatte ich beiden, hätte ich mal hin zum Automaten mit dem. Aber wer weiß, vielleicht hat er mir da noch mehr abgenommen, ich weiß ja. Ja, ja. Und bist du dann wieder in die Wohnung von dem Mädchen gegangen oder wo bist du hingegangen? Ja, natürlich, ja. Er hat nichts gesagt, also bin ich wieder da hingefahren. Und da war das Mädchen und er am nächsten Tag? Nee, nur noch er. Also, ich war auch nur im Hauseingang, also im Wohnungseingang. Und wie war da so die Stimmung, als du ihn dann wieder gesehen hast? Ja, Kippe an, die ganze Bude verraucht, stand halt, war ein übler Prollo, stand halt vor mir und mir ein Pärse vor die Füße geschmissen und wollte das Geld dann abhaben. Und das hast du gemacht und dann war das Geschäft beendet und bist gegangen? Ja, und dann bin ich sofort auf direkten Wege zur Polizei angefahren, weil ich... Gut, sehr gut. Ich weiß nicht, ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen, weil ich hab's auch keinem gesagt. Und ich musste irgendwas unternehmen, sonst wär ich durchgedreht. Wurde auch zum Kettenraucher in der Zeit. Ja, und du hast Anzeige erstattet? Ja, natürlich, aber erst mal gegen Unbekannte. Ja, ist klar. Und das war nun letztes Jahr im Dezember, ist da schon irgendwas draus geworden? Ja, mittlerweile hab ich erfahren, dass es mehrere Opfer gibt. Also, ich bin nicht der Einstige. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal die Leute warnen. Deswegen, also, wenn die irgendwo in Dormund, das war zuletzt Rheinische Straße, das sagt den Leuten dann was. Also, aufpassen auf jeden Fall, also ich kann's keinem... Also, aber weiter ist noch nichts geschehen, es gab noch keinen Prozess oder sowas, das läuft alles noch. Ja, ich war auch schon beim Anwalt und er meint, ja, es sind jetzt halt nur 200 Merk, aber irgendwo bin ich auch in meinem Stolz, da bin ich jetzt einfach mal verletzt. Ich finde es ausgesprochen löblich, muss ich ja sagen, Thomas, dass du die Polizei benachrichtigt hast. Danke. Ja, ne, manch einer hätte gesagt, ach, da will ich gar nichts weiter mit zu tun haben, vielleicht gibt's nur Unannehmlichkeiten oder ich hab dann irgendwelche Leute auf dem Hals und so weiter. Ja, das ist ja ohne Ende, weil der hat sich vielleicht aufgeschrieben, meine Adresse, so es hat sich ja nichts geändert. Hoffentlich hört er mich jetzt nicht. Hoffentlich hört er dich nicht. Naja, aber so wie der aussieht. Aber das ist ja schon eine Geschichte, da kann man sich ja in einer Diskothek gar nicht gegen feiern, gar nicht gegen absichern. Nee, deswegen will ich auch jetzt jeden Macho, sag ich mal, der immer am rumreißen ist, will ich dich warnen. Vielleicht ist die einzige Sicherheit, dass man dann das Mädel zu sich mit nach Hause nimmt, ne? Nicht, aber man muss es ja so sehen, als Mann, man erwartet das ja nicht. Eher sind die Frauen ja, oh, vielleicht vergewaltigt er mich oder so. Deswegen, weil es sind ja meistens die Männer, die Übeltäter. Also in diesem Fall ist vielleicht schon ein Warnsignal gewesen, dass sie gesagt hat, komm mit zu mir nach Hause, ne? Oder? Ja, aber man denkt mit dem Genital, ne? Ja, ja. In dem Moment denkst du an alles, aber nicht an sowas, ne? Ja, natürlich. Vor allen Dingen, das hat man ja auch so, oder hört man nicht so oft sowas, ne? Ja, nee, absolut nicht. Dann hat der die ganze Zeit im Nebenzimmer gewartet, bis ihr fertig wart. Ja, und ich hab mich ja auch nicht umgeguckt irgendwie. Man durchstöbert ja nicht die ganze Bude. Boah, wie abgefuckt, ne? Ja, auf jeden Fall. Mann, 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 Mann. Fucking heftig. Wie viele Leuten hast du es bisher erzählt? Ja, mittlerweile hab ich es meinen besten Freunden anvertraut. Und die wohnen ja auch in der Ecke und ich hab schon mal ein Auto an der Straße stehen sehen. Und die sind vorgewarnt jetzt? Ja, natürlich. Ich hab angerufen, ey, komm vorbei. Ja. Die kennen den nicht, ne? Aber die Mama weiß es mittlerweile auch? Natürlich. Ja, natürlich. Ja, irgendwie, deswegen. Ich wohne hier, da muss ich es auch erzählen. Na klar. Thomas. Ja. Also nochmal gut, dass du zur Polizei gegangen bist. Danke. Das find ich richtig. Jetzt ist die Sendung vorbei. Schön, dass du angerufen hast. Passte vollkommen gut rein. Alles Gute. Danke, Jürgen. Tschüss. Also mach weiter. Ciao. Tschüss. In der Technik. Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da. Und morgen wird eine freien Themennacht. Ein Uhr hals live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.